Solo 2, PC. Zeugst du Mike auf dem PC? Ja. Live? Ja, wir haben doch schon auf dem PC gespielt. Ja ne, ich meinst du alleine? Wenn ich da gerne lebe, ich ja auch Minecraft oder so, ne? So. Mike, was spiel ich ja auf der Xbox und auf dem PC? Ja, sonst in Zukunft kaufen wir bestimmt auch mal games für ein PC. Ist ja günstiger meistens. Ja. Oder aus Steam, würde ich mal sagen. Ja, ich mein doch Steam Case sind günstiger als Xbox Case. So meinte ich das. Hey. Der steht auf der Bombe, so kleine Pisser. Ich mag Fortnite. Fortnite hab ich auch schon auf dem PC gespielt. Ne? Ich hab das letzte Fortnite Live Event auf dem PC gespielt. Hm. Hm. Ich glaub ich das letzte Mal ich Fortnite gespielt hab. Ich spiel nicht so auf Fortnite. Ich auch nicht mehr so. Lade neues Magazin. Lade nach. Da will ich nicht hingehen, da ist grad immer verschwommen. Ne? Ja. Ich wüsste, dass ihr da steht. Ich dachte jetzt nicht mehr. Ne? Guck dir mal an, wie wir nicht erklären. Ich hab nicht gesehen. Ja klar. Es ist eher schön, wie wir nicht erklären. Sonst. Die Monster holt die. Na? Mhm. Die Monster fängt jetzt mal an auf ne Drohne zu schießen. Und zu schießen. Ja, wenn der Pump auf ne Drohne schießen, ist recht schwierig. Hm. Da steh jemand draußen vor der Tür. Ja. 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 Der liegt auf der Nestle. Einfach so ein richtiges Insekt ist das. Sieht aus. Wie die ist legal ist. Das passt irgendwie zu diesem Power-Eight-Duck-Mal. Sieht das schon aus wie so ein Alien, der dann einfach so giftige Partikel ausspült. Der macht einfach einen Shotgunschuss und läuft erstmal auf die halbe Map um ihn zu versuchen. Ja? Ja, hat ihn gesehen den Gegner, hat einmal auf ihn geschossen, aber hat ihn glaube ich versucht von hinten zu kriegen. Bis dann war er aber einfach gestorben. Und wo auch jeden Tag ein neues iPhone rauskommt. Mhm. Wie nennt man nochmal das, was man träumt, passiert auch. Wie nennt man das nochmal? Hm? Na? Du träumst ja manchmal, was denn das passiert hier auch. Wie nennt man das nochmal? Ey, was macht die hier? Was macht die hier? Kann das werfen? Okay. Wie nennt man das? Die Gegner haben die Bombe lokalisiert. Die Besteinigung entsprechen. Die Gegner sollen es bitte mal verlieren. Ich muss gewinnen. Und ich muss alle töten. Für den Upload. Das stimmt nicht. Für den Upload. Er 안돼. Ich muss oder? Ich würde den weg. Ich würde ja nicht einfach weg. Ich würde ja nicht einfach durch die Gewивают. gegen sneaken und beküftelt werden was anderes passiert hier wieder okay es liegt nicht einfach durch die welt ich gehe jetzt aufs dach wird ja nur gerade auf dem dach gefunden danke euch nachladen musste ich glaube das ist jetzt einfach eine minute lang verkehrten die haben das spiel am wochenende gewonnen die haben das spiel am wochenende gewonnen also vor den abschiebsplätzen also sind sie noch nicht genau ein tag ein platz vor der relegation sie haben sich erst mal mit dem win erst mal wieder von den abschiebsplätzen runter gerettet ich habe ein ziel schießt irgendwie jemanden ganz oben die gegner haben eine bombe lokalisiert auf feindliche aktionen vorbereitet die juni sind aber die camper untervision da gehe ich wieder die sterben bestimmt vielleicht beide sagt der koreaner ich gehe jetzt so dreckig heute ich gehe jetzt nicht so dreckig jetzt nicht so dreckig jetzt nicht so dreckig ich gehe jetzt nicht so dreckig wenn die tüte dabei lachen nicht mehr da unten der läuft da oben auf dem dach und schießt aber ja stimmt begeber waschen jetzt kommt es doch von uns da verstecken ich will doch gerade gar nicht den weg wieder zurück er hat sich verlaufen ich laufe ich laufe gerade einfach nur irgendwo lang hier geht es wieder zu den duschen hier gibt es bestimmt was schönes zu essen heute missionserfolg für eigener trupp jetzt verlängert er die runde bloß wieder weil er noch gewinnt weißt du ne und hier den neuen monster den find ich eh gut ja wie es mit anderen ist ich habe probiert letztes jahr als ich in hamburg war ne also als ich in hamburg im quartier übernachtet habe weil ich zwei konzerte direkt hintereinander hatte war die waren auch da? ne da war ich alleine aber ich hatte halt zwei konzerte beziehungsweise zwei konzerte waren an einem Tag deswegen habe ich bei dem einen dann gewartet bis es halt bei Chor und Zusatzungen war und sogar halt einen Tag später ja machst du es halt gut? wir halten ganz einfaches hotel für 30 euro mein zimmer nachtsschränkchen und ein fernseher ne auf toilette? ne auf toilette ja ne gruppentoilette hat ne wir halten ganz einfaches hotel so es hat aber gereicht 30 euro an der nacht ne ja ja es geht ja alles weiter du musst dir halt vorstehen hast du auch kein richtiges zimmer da hast du eine Kabine wo dann nebenan das nächste ist ne also es war halt dafür in Ordnung es hat halt gereicht ne deswegen ich habe die Tache über den war aber auch der Tag ich habe ja den Tag über deinen Altoner einfach so geschillt einfach ne mhm du an den Bahnhof jetzt werden auch die Erdha vor mich und Leon verschlossen und Digga lass mal zum Trimax 2-3-Event gehen weil ich hab das so gesehen und hab das zu Leon so auf Spaß geschickt damit so lass mal da hingehen na 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 das mal gehe ich mit blau und zusammen Stürb! Hintendurch ist noch einer, rechts. Ja, ich sehe ihn. Den wir. Ja, da waren zwei. Da, wo ich gestorben bin, war einer und in der anderen Raum war auch einer. Ich hab ihn eigentlich gestorben. Da waren zwei. Deswegen. Ach so, es liegen noch drei. Wie gesagt, es waren... Der eine habe ich gesehen und der andere hat mich den getötet. Da waren zwei auf jeden Fall. In jedem Raum auf jeden Fall einer. Na? Ja. Mein Jack. Na? Eigentlich sollte ich morgen erst frei haben, aber... Ich hätte eine neue Code-Idee jetzt doch nicht anfangen. Das soll ich morgen wieder kommen. Achtung! Eure Wohne hat eine Bombe lokalisiert. Ist ganz amüsant. Hm. Ja, jetzt schauen wir es ja doch noch zu verlieren. Wir müssen jetzt bloß noch einmal kurz verlieren, dann haben wir es. Dann haben wir es hier erreicht, diese Runde zu verlieren. Ja. 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 Und jetzt auf einmal holen alle anderen so alles aus sich raus. Na? Mhm. Jetzt wollen wir einfach und so willst wieder alles aus sich raus und holen drei runden Siegel hintereinander. Na? Oder in vier dann. Weil während der 3 zu 3. Ja. Ich wurde gerade abgeschossen. Jetzt leuchtete bei mir alles blau. Na? Es ist heilung. Ich weiß. Trotzdem wollte ich damit abgeschossen. Ja. Du. Ist doch klar. Was ist so? Das klingt das doch nicht. Weil man hat den Boost gegeben. Okay. Jetzt müssen wir den Boost gegeben. Bevor wir, bevor ich überhaupt noch ein Gegner treffe. Ne? Das Feuer ist einfach schon ausgelaufen. Ne? Ja. Der wird sich erstmal auf den auf den Schramm da. Die Kisten. Ne? Das besser ist ja aus. Ich glaube, da ist ein Gegner, der vor der umgebracht wurde. Ich hab das noch grad schon gesagt, ne? Mhm. Nicht, dass die jetzt auf einmal... Guck mal, der nach dem Bild. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Eine Bombe. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. In der Waschküche und im Nachschubraum. Was sagt der eins? Hm? Wir sind's morgen, von seinem Pfarrericht raus, und wir haben dann wieder. Mhm. Und irgendwann kommt der dann hier wieder angelaufen mit Theo. Hm. Das ist so meine Prediction, so ein bisschen. Ich glaub schon. Jetzt mit dem Handy ist ja eh nicht lange, oder? Ja, find ich gut. Find ich gut. Ja, danke. Wollte heute wieder schießen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich hab heute alle. Ich glaub, wie alle in dieser Richtung laufen. Ja. Verloren. Gut. Haben wir das wenigstens auch geklärt. Ja. Ja. Ne, welche Uhr. Ja. Eine Runde gewonnen, zwei Runden verloren. Ja. Genau. Kannst nicht zwei, zwei? Ja. 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 Ja.